Das ist so ein Test, dass man merkt, was es gibt. 14! 14! 15! Könnte wohl sein. Aber er weiss nicht, dass er auch nicht. Er weiss, dass es kann, wann er nicht. Wir sind zu dumm so, wir sind zu dumm Deutsch. Wir sind zu dumm, wir sind zu dumm. 1. 2. 3. Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmare Cause they don't be called Into the charitable But from that point Every moment So you can have a steady moving album You can have no Вkien Get wypade What is that If I only have ot It ain't Creole You can have no idea What is that I'm learning Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Die Christoph Fendler am Hackbrät und Agagilla Steel Drum Band von Düberdorf. Und das was ihr hier gehört habt, das gibt es nur einmal zu hören. Das ist es gewesen, die spezielle Kombination vom traditionellen Hackbrät, Christoph Fendler und Steel Drum Band von Düberdorf und Steel Drum Band von Düberdorf. Noch einmal einen ganz herzlichen Applaus. Zugabbe! Und der Grund, warum sich die zwei speziellen Sachen hier treffen, ist Get Together. Get Together ist der Grund, warum ihr auch alle da seid, warum es diesen Anlass gibt. Und das wollte ich euch schnell erklären, weil Get Together ist die Begegnung der Sprachen. Aus unseren vier Sprachregionen kommen hier die Arbeitungen zusammen. Gastronomisch kommt zusammen und auch die hier kommen zusammen auf dem Berner Bundesplatz aus genau diesem Grund. In der Schweiz haben wir vier Sprachen und die vier Sprachen werden repräsentiert.